So, das obligatorische Abklatschen mit Wiedi Fuchs. Und dann kriegt die Konzentration für die jungen Damen. Verwettungsklasse Schiller bewerblich. Die Kürze. Jetzt los. So, das Startsignal für die Distanzen. 200 Meter schwimmen in der See und 3000 Meter. Weiter geht's mit Zoe Lenert, Viktoria Meierhofer, Valentina Schmidt, Teresa Schwarz, Simone Stelzer. Aus Bayern, aus Südtirol, aus Nordtirol, natürlich auch aus Osttirol. Und aus den Anfästen auf seinem Projekt. Ja, da kommen wir schon rein. Wenn wir ihn rufen, dann kommt er. Bei den jungen Männern, Schiller, sie, männlich. Wenn man gar nicht sehen, was er als Startnummer hat. Im grünen Dress hier, die Startnummer 27. Samra Furuta vom Triathlon-Zillertal. Ein unangefochtener Startziel-Sieg. Bravo, Samra. Schiller, sie, weiblich. Bravo, Lichy, bravo, Teresa. Lachen! Stalin, der diplomatische Zinsingen sind�i Maschini ... ... er ist in微endig. ... das Hügel und Autor Dercobl. Israel live das zweite Ort. Ja, ruf! Wow! Für mich, wichtig! Aber, »Einint Tubar«, ich稍Bian! In mir, in Löv und der Stadt bunt war der combined. Fähig! Begleitung! St deine Nummer 64 letzen! Los! 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 Aufhörbar! Hauptauf! Aufhörbar! Aufhörbar! Wie wichtig! Bravo! Bravo! Mit deinem Mann Team? Aufhörbar! Aufhörbar! Aufhörbar!